Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Christopher Döring. Ich bin der Vertriebsleiter und Pokurist der Firma Energiekonzepte Deutschland hier aus Taucher bei Leipzig. Und in dieser neuen Videoreihe geht es um die 20 Schritte auf dem Weg zur eigenen Photovoltaikanlage. Im ersten Step reicht uns deine unverbindliche Anfrage zum Teil über sehr unterschiedliche Wege und Kanäle. Das kann zum einen die sozialen Netzwerke sein, wo du über uns Informationen oder Videos gesehen hast. Oder eben auch Freunde und Bekannte von dir, die bereits Erfahrung mit uns als Firma Energiekonzepte Deutschland gesammelt haben, haben dir davon positiv berichtet. Der dritte Weg kann vielleicht auch so ein Video hier sein, was du auf YouTube gesehen hast. Also es gibt verschiedene Wege, wie deine Anfrage uns erreichen wird. Deine unverbindliche Anfrage für eine Photovoltaikanlage erhält dann ein Fachberater aus der Region und dieser wird sich umgehend persönlich bei dir melden, um einen ersten Vor-Ort-Termin zur Datenaufnahme abzustimmen. Im Rahmen der Datenaufnahme hat nun dein persönlicher Fachberater die Wünsche und Ziele aufgenommen, hat eine Dokumentation durchgeführt, damit nun unser Innendienst, unsere Angebotsabteilung, ein passendes, aber halt auch individuelles Energiekonzept erstellen kann. Unsere Fachberater haben nun dein Energiekonzept in Form eines Angebots von unserer Fachabteilung erhalten und werden, damit man auch auf die entsprechenden Fragen und Informationen, die noch notwendig sind, eingehen können, einen zweiten Vor-Ort-Termin vereinbaren und das Angebot entsprechend dort vorstellen. Dein persönliches und individuelles Energiekonzept entspricht deiner vollsten Zufriedenheit. Alle Fragen, Wünsche und Ziele, die unser Angebot erfüllen sollten, stimmst du zu. Gemeinsam mit unserem Fachberater gehen wir zusammen den nächsten Weg. Du hast dich nun bewusst für eine Photovoltaikanlage von der Firma Energiekonzept Deutschland entschieden. Vielen Dank dafür und auch für das Vertrauen, was du uns bereits schenkst. Vielleicht stellst du dir jetzt aber bereits schon die Frage, wie gehen wir weiter diesen Weg, insbesondere wenn es um das Thema Steuern geht. Bei dem Thema Steuern kannst du auf uns zurückgreifen. Wir haben einen kompetenten Steuerberater in einem unserer Partnerunternehmen. Du kannst aber auch selber dich eigenständig darum kümmern. Vielleicht hast du ja selber auch einen Steuerberater zur Hand. Dann zögere nicht und bemühe dich schon bereits frühzeitig darum, dass hier alle entscheidenden Schritte frühzeitig geklärt sind. Im nächsten Schritt wird sich der Innendienst in Form der Bauplanung um die Umsetzung deines Projektes kümmern. Dafür wird sich die Bauplanung mit der zuständigen Montagefirma abstimmen. Für den zukünftigen Betrieb deiner Photovoltaikanlage ist es zwingend notwendig, dass diese beim ortsansässigen Netzbetreiber angemeldet wird. Damit du diesen Weg nicht alleine gehen musst, reichen wir alle relevanten Unterlagen bereits schon vor Bau der Anlage beim Netzbetreiber ein. Unsere Bauplanung hat sich ja bereits mit der Montagefirma zur Umsetzung deines Projektes abgestimmt. Alle notwendigen Planungsunterlagen liegen bereits vor und nun wird sich umgehend deine persönliche Montagefirma bei dir melden, um einen Termin zur Installation der Photovoltaikanlage zu vereinbaren. Der Tag der Installation deiner Photovoltaikanlage steht fest. Nun wird ein Partnerunternehmen aus der Logistik die jeweiligen Baumaterialien, wie zum Beispiel die Photovoltaikmodule oder den Speicher, in der Regel am Tag vorher oder auch am Morgen, wenn die Installation stattfindet, anliefern. Deswegen wäre es wünschenswert, dass du diesen Tag nicht verschläfst. Der Tag ist da. Die Installation deiner Photovoltaikanlage beginnt. Dafür wird unsere Montagefirma vor Ort nun mit der Installation der Unterkonstruktion beginnen. Dann werden die entsprechenden Photovoltaikmodule nach Vorgabe befestigt. Im letzten Schritt werden dann die jeweiligen Kabel von den Modulen entweder am Haus oder im Haus zum Wechselrichter- bzw. Speicherstandort verlegt. Ist die Installation fertiggestellt, wird die Montagefirma am Ende des Tages mit dir ein Abnahmeprotokoll durchgehen. Durch die Fertigstellung der Installation der Photovoltaikmodule auf dem Dach sowie der Anlieferung aller beauftragten Baumaterialien können wir nun die erste Teilrechnung erstellen. Diese erhältst du und hast nun 14 Tage Zahlungstil, diese zu bezahlen. Durch die Montagefirma haben wir das Abnahmeprotokoll zur Installation der Photovoltaikmodule auf dem Dach erhalten und können nun deine persönliche Elektrofirma beauftragen, die sich dann bei dir meldet, um einen Termin zur Elektroinstallation zu vereinbaren. Ein elektrisierter Mitarbeiter von einer unserer Elektrofirmen ist nun vor Ort. Er wird nun den Speicher- und Wechselrichter entsprechend aufbauen, konfigurieren, die Kabel verlegen bis zum Zählerschrank. Im Zählerschrank selber werden dann die notwendigen Elektroarbeiten durchgeführt. Gemeinsam mit dir, wenn das Ganze abgeschlossen ist, wird der Elektriker einen Probelauf durchführen. Deine Anlage ist nun am öffentlichen Netz angeschlossen. Für den Betrieb sind aber noch weitere Schritte notwendig. Mit der Fertigstellung der Elektroinstallation haben wir auch dafür ein Abnahmeprotokoll erhalten. Daraufhin können wir nun eine Schlussrechnung erstellen und die letzten finalen Schritte zur Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage in die Wege leiten. Marktstammdatenregister Bürokratie in Deutschland wird groß geschrieben. Dein Fachberater hat bereits für dich die Vollmacht zur Marktstammdatenregistrierung ausgefüllt und an unsere Netzabteilung übermittelt. Wir können nun die Eintragung bei der Bundesnetzagentur für dich vornehmen. Die Zielflagge ist schon in Sicht. Es sind nur noch wenige Schritte bis zur Inbetriebnahme deiner Photovoltaikanlage. Unsere Netzabteilung hat die Bestätigung zur Marktstammdatenregistrierung erhalten und kann nun die letzten Unterlagen zur Fertigmeldung der Photovoltaikanlage beim jeweiligen Netzbetreiber einreichen. Ein wesentliches Dokument davon ist das Inbetriebssetzungsprotokoll, welches du als Anlagenbetreiber von uns erhältst und unterschrieben an den Netzbetreiber zurückschicken kannst. Damit deine Photovoltaikanlage nun online gehen kann, muss der vorhandene Stromzähler ausgetauscht werden. Dafür kommt der zuständige Netzbetreiber vor Ort und wird diesen durch einen Zweirichtungszähler austauschen. Glückwunsch! Du erzeugst nun deinen eigenen Solarstrom. Damit du dich nun von den letzten Fesseln des Energieversorgers befreien kannst und dich zu 100% unabhängig machen kannst, wird dir dein persönlicher Fachberater helfen, die Stromcloud-Lösung zu beantragen. 20 Schritte zur eigenen Photovoltaikanlage. Glückwunsch dazu, wir sind am Ende unserer gemeinsamen Reise angekommen. Du erhältst nun von uns eine komplette Anlagendokumentation. Heißt aber nicht, dass wir als Energiekonzepte Deutschland nicht ein Leben lang für dich der erste Ansprechpartner sind, wenn es um deine Photovoltaikanlage geht. Wenn nun auch du andere wie Freunde und Bekannte vom Leben mit einer Photovoltaikanlage berichten möchtest, zögere nicht. Bis zum nächsten Mal.